Ich muss einmal umdrehen. Wir müssen alle umdrehen. Achsel, nee. Ihr fahrt gleich links rum hier. Links hier vorne an der Straße rum. Und dann fahrt ihr gleich wieder rechts. Müsst ihr mal sehen, ob man nicht rechts kommt. Also erst links und dann... Dann wieder rechts. Weil ich muss Achsel einmal abholen. Alles klar. Komm. 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 Ich fahre alle hier. Ich hab keine Ahnung. Alles klar. 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 Wie viel ist das? Alles klar. Das Gefühl man leider so schlechtifflehen. Weil die Heckscheibe so verregern. Vielen Dank.